Hallo und herzlich willkommen zurück zur 31. Folge von Lego City Undercover. In der letzten Folge haben wir den Auftrag bekommen, dass wir ein paar entflohende Schweine mit einer dementsprechenden Schweinekanone wieder zurück auf den Bauernhof schießen sollen. Ja, das klingt extrem komisch, ist aber so. Ich habe mich auch gewundert. Ja, auf jeden Fall stimmen wir jetzt wieder hier am Polizeirevier rum. Und für mich sind jetzt zwischen der letzten Aufnahmesession und dieser jetzt über zwei Wochen vergangen. Auf YouTube müsste ich jetzt eigentlich am zweiten Tag wieder eine direkte Folge erscheinen, wenn das alles so hinhaut. Also dürftet ihr eigentlich gar keinen Unterschied merken. Ich muss erst mal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe in der Zeit einiges anderes an Let's Plays aufgenommen. Unter anderem Wolfenstein komplett schon. Ach so, da will auch noch ein bisschen was kommen. Und ich habe keine Ahnung mehr genau, was wir als Auftrag jetzt haben. Ich glaube, wir mussten... Äh, Moment. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welchen Auftrag wir haben. Ich fahre jetzt einfach mal der Linie entlang oder gucken wir einfach mal, ob wir auskommen. Sollten wir nicht irgendwie so einen T-Rex stehlen? Harten wir den Auftrag bekommen? Oder habe ich... Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, es ist jetzt gerade über zwei Wochen her. Sind sogar schon fast drei Wochen. Ich habe Lego City echt vermisst. Nein, fahre ich doch nicht davor. Na toll. Ein bisschen Gas geben hier. So, mal gucken, wo wir jetzt genau hier hinfahren. Ach, habe ich das vermisst hier. Hui. Ich bin mal gespannt, wie lange Lego City noch laufen wird. Also, wie viele Kapitel wir noch bekommen. Ich weiß gar nicht, bei wie viel Prozent ich momentan bin. Aber jetzt im Juni kommen ja auch noch neue Lego-Titel raus. Also, beziehungsweise ein neues Lego-Titel. Ein neuer Lego-Titel. Neues Lego-Titel. Ähm. Ich muss hier durch. Und zwar Jurassic Park. Da gibt es auch schon erste Trailer von und alles. Und sieht so richtig interessant aus. Kann man seine eigenen Dinosaurier zusammenbauen und alles? Da habe ich schon richtig Bock drauf. Fohre ich mich drauf? Oh. Und ich hoffe mal, dass ich bis dahin... Wo muss ich überhaupt hin? Hallo, ist richtig. Und dann, ich hoffe mal, dass ich bis dahin vielleicht Lego City schon durch habe. Hm. Andererseits, ich will es nicht durchhaben. Das macht einfach wild zu viel Spaß. Vielleicht, vielleicht, ich weiß ich nicht. Kommt beides parallel. Zur Not kommt dann, ähm... Der Jurassic Park auf jeden Fall nach Lego City. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Vielleicht kommt es auch abwechselnd. Das einen Tag in Lego City kommt, den anderen Tag in den Jurassic Park. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich da auch richtig Bock drauf. Je nachdem, wie viele Projekte ich bis dahin noch wieder neu angefangen habe. Oder ich vielleicht mal zu Ende gebracht habe. Ich habe da noch ein paar Projekte offen, die ich mal zu Ende bringen muss. Aber, naja. Da kam ich noch nicht wirklich wieder zu. Wo muss ich überhaupt hin? Ich fahre mich hier, glaube ich, ich komme bitte einmal komplett durch die ganze Stadt. Muss aber bald mal da sein. Ah. Hätte man da nicht einfacher hinkommen können? Ich bin am Museum, Erlin. Aber ich komme nicht rein. Hm. Ich habe mir die Pläne mal angesehen. Versuch's mal übers Dach. Man kommt da aber nicht ohne weiteres hoch. Schon okay. Ich habe da so eine Idee. Gibt es in der Nähe größere Gebäude, auf die ich rauf kann? Die Kunstgalerie vielleicht. Wieso? Ich habe einen Huhn, mit dessen Hilfe ich vom Dach der Kunstgalerie auf das Museumsdach gleiten kann. Wow. Wow. So was hört man auch nicht alle Tage. Viel Glück, Chase. Ja, dieses Glück werde ich, glaube ich, wirklich gebrauchen. Beziehungsweise benötigen. Hey. Hallo, YouTuber. Bekannter YouTuber. Spaß. So. Ähm. Was? Hey. Achso. Nee, hier ist ganz... Ich muss hier gar nicht lang. Ich wollte gerade auf die Kart hier gucken. Ich muss ja hier lang. Aus dem Weg. Wir laufen die ganze Zeit. Wie viele laufen von denen hier rum? Da laufen zwei? Da hinten läuft noch einer. Hier läuft noch was. Hm. Ich habe nichts gesehen. Das alles ist normal. Ich muss hier weg. Wie viele Klone kann es doch gar nicht geben. Da gibt es keine mehr. Die planen doch irgendwas. Naja. Was denn? Kriege ich dir helfen? Ja, dann nicht. Hm, 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 hm. Ähm. Wie viele Farben gibt es denn da? Na super. Das ist ein richtiges Farbenparadies. So, die Frikadellen ein bisschen gießen. Und der Schimmel wächst. Oder so ähnlich. Und spucken Münzen aus. Meine Lieblingsfrikadellen, die Münzen ausspucken. Und selbstgemachte. Womit willst du heute Nacht fertig werden? Willst du hier einbrechen? Wo? Was hast du vor? Hm. Eiscreme. Hm. Du hast recht. Ich hätte aber auch schon Eiscreme. Ist egal. Man kann immer Eiscreme nehmen. Aber was gibt es denn hier? Eine Blume. Die sieht es ja nicht. Ups. Fliegt denn da ein Jet drüber? Watt, wo ist der? Seht ihr nicht. Guck weiter nach oben. Das wär's. Moment, dann ist ja Wochenende. Also zumindest jetzt, wo ich gerade aufnehme. Was? Was? Ich hör dich nicht. Komm zurück. Ne, egal. Wir gehen mal hoch. Musik fehlt. Wir nehmen die Münzen mit. Ich glaube, die Münzen hätte ich auch nachher mitnehmen können. Nachdem ich das hundertste Mal von runtergefallen bin, natürlich falle ich nicht runter. Heute schaffe ich das. Da ist so eine zweiwöchige Aufnahmepause. Krieg's garantiert hin. Das war ja natürlich geplant alles. Ich werde hier nicht runterfallen. Was gibt's denn hier? Oh. Ähm. Ähm. Ich hab'n Huhn. Ich werd'n benutzen. Ich geh'n. Ach so. Äh. Ich würde ja mal sagen, ich brauch' grün. Ähm. Wer hat's denn? Der hat's, ne? Pling. So. Grün. Nice. Wie viele Farben es hier gibt. Ich glaub, draußen komm ich nicht weiter. Also muss ich da wohl rein? Die nehmen wir noch alle mit. Nein. Kamera. Das ist der richtige Farbenparadies. Hm. Hm. Äh. Wie viele Münzen gibt's denn hier? Die nehmen wir erstmal alle Münzen mit. Ja. Okay. Die sind doch nicht alle mit. Zumindest alle die, die hier rumliegen. Ach ja. Stimmt. Hier ist ja der Flughafen in der Nähe. Da war ja was. Oh Gott. Wie groß ist denn die Tür? Hm. Hm. Gibt's hier oben ein Fahrrad oder ein Segway? Nee. Au. Ich hab so eins gemacht. Entschuldigung. Also erstmal umziehen. Alleine die Animationen mit denen noch laufen. Der läuft so motiviert nach vorne und der so. Ich hab'n Hut. Ich hab'n Hut. Ich hab'n Hut. Ich hab'n Hut. Frikadellen gießen. Und wir kriegen... So'n... Nee. Weil wir wissen, Leute. So'ne... Die Münzen sind nachgespawnt. Ja, okay. Löwenzahn. Det. 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 Nee, ist auch kein Löwenzahn. Keine Ahnung. So'n... So'n Gänseblümchen. Oh Gott, wir gehen da denn nur mit dem Huhn. Moment. Ich übe erstmal. Laufen. Und zwar am Antippen. Alles klar. Was? Was mach' ich besser nicht? Whoa, 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 whoa. Ähm. Das fängt ja schon wieder gut an. Kann man sprinten, ey? Okay, rennen und gleichzeitig das Hühnchen zweimal antippen. Und zweimal springen. Ach, komm. Was, hey? Oder komm ich hier normal hoch? Ach, wie kann's denn? Mhm. Die Parcours einlangen, super. Na, komm. So, und vorsichtig. Und hepp. Wow, 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 nicht runterfallen. Ah, 3D. 3D und springen und laufen und um eine Ecke rum. Das ist mein Liebling. Stromerzeugung. Braucht hier keiner. Was ist denn das? Ein Hühnchen. Äh. Hä? Wieso krieg ich den denn nicht platt? Hallo? Ja doch. So, und da basteln wir uns jetzt raus. Ein natürlich Riesenventilator. Was denn auch sonst? Was willst du denn mit den Kleinen hier oben? Ich brauche einen riesigen Ventilator. Der Motor ist egal, der war da schon. Wui. Äh. Äh. So, Moment. B ist da unten. Okay, B ist da. Nein, geht da. Hallo? 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 Warum rutscht du denn auf einmal? Hammer doch B, tu ich. So. Nur auf die Platte. Okay, gut. Und hopp. Der macht sich aber kompliziert. Hätte er nicht einfach auf der anderen Dach irgendwie einfacher hochkommen können mit einem Hubschrauber? Oder beamen? Der kann doch, der kann sich doch teleportieren. Der ist doch hier Raumfahrer. Wo ist das? D-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Wir fielden doch mal ab. Daraus basteln wir uns. Ein paar Steinchen an der Wand. Mhm. Oh, wir sind da fast oben. Motivationsspruch. So. Er kommt hier auch hoch. So, Assassin's Creed-mäßig uns hier die Stadt angucken und so. Hm? Nein, jo. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Drücke auf. Mhm. Hm, die Folge geht heute extremst lange. Die soll ich denn dagegen hauen? Haben sie genau den Ring davor gesetzt? Oh Gott. Okay, wie war das? Drücke und halte B. Nee, drücke und halte es nicht. Drücke und halte B. Ich muss drücken und nochmal drücken und dann halten. Weil wenn ich einmal drücke und halte, bringt es nichts. Ich muss doppelt drücken. Das steht dann nicht. Okay, kann nur schief gehen. Giovanni Mo. Okay. Dann haben wir. Spannende Musik. Dün, 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 dün. Da fällt keine spannende Musik ein. Äh, wie soll ich denn da drüben hinkommen? Ach so, ist egal. Erstmal, der müsste da überhaupt hinkommen. Weil da oben der grüne Ding am leuchten ist. Aber ich komme nur auf das Vordach. Also ich hoffe, dass ich auf das Vordach komme. Sieht aber gut aus. Go, Hühnchen! So, und Großwerthühnchen. So, und nochmal Großwerthühnchen. Sehr schön. Wir flattern noch weiter, bis wir selber landen. Geschafft. Nice. Hühnchenpower. Äh. Ne, was, dann können wir nix. Ich sammle die ganzen Steine nicht an. Ich habe Angst, dass ich da runterkirre. Wo komme ich denn da hin? So komme ich hier nicht hoch. Ich hätte da drauf flattern müssen oder so, oder? Okay. Egal. Mhm. Ja, ja, klar. Ich gehe hier hoch. Ich gehe doch nicht an der Seite da vorbei. Nö, das ist mir egal, was da ist. Das kann 100 Millionen Stein sein. Mhm. Lass mich raten. Du bist der Falsche. Du musst bestimmt der sein. Leck mich doch. Das Spiel hasst mich. Bitte bleib, lande alleine da drauf. Gut. 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 Gut, ich habe schlitzige Finger. Da ist ein Stein. Den nehmen wir noch mit. Ich gehe ganz vorsichtig hin. War ein Tausender. Super. So, Brechstange. Mach einfach das Ding auf. Ach ja. Ich will für Angst, dass ich gerade der Falsche rauskirre und drücke und unten lande. Gut. Gut. Ich kriege jetzt kein schlechtes Gewissen, Chase. Denk einfach dran, was sie dir damals als Kind für den Plastik-Dinosaurier abgeknöpft haben. Richtung. Neun Buchstaben. Hm. Hm. Senkrecht? Nee. Waagerecht. Äh. 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 Hm. Hm. Hä? Nein. Was machst du denn? Drück doch nicht den Knopf. Jetzt kriegst du aber Ärger. Ich fau dir jetzt. Ich fau dir den Hintern. Oh. Jo. Wird gekullert. Und dann wird zurückgekullert. Kann ich den nicht besiegen, den Typen? Na doch. Hör auf. Kommt die Verstärkung? Achso, wir haben einen Anruf. Moment. Ich hab gerade mit Huckleberry telefoniert. Und er hat dich seit Stunden nicht gesehen. Wo bist du? Ich hab ne Spur, Chief. Und sie führt direkt zu Rex. So. Du hast also nicht nur meinen Befehl missachtet. Du klaust wahrscheinlich auch wieder was Teures, oder? Bist du sicher, dass es mit Fury zu tun hat? Ja. Winnie will, dass ich den Roboter T-Rex aus dem Museum für jemanden klaue. Das kann einfach kein Zufall sein. Klingt mir ganz nach Fury. Gut. Ich lasse dich dieses eine Mal noch gewähren, McCain. Aber wenn das eine Sackgasse ist, kannst du den T-Rex gleich fragen, ob im Museum Werther gesucht werden. Werther? Haben wir dafür überhaupt schon einen Anzug? Den kriegen wir bestimmt noch. Die können ja schon alles andere. Das sind ja auch Gärtner. Ein Astronaut. Und was sind wir eigentlich noch? Äh, ein verkleideter Superheld? Ah ja, stimmt. Wir sind ja noch ein Einbrecher. Wir sind noch Bergbauer. Bergmann. Bergbauer ist auch richtig. Hm, wir könnten eigentlich jetzt Bulli rumlaufen. Da fallen wir gar nicht mehr auf. Wir gehören hier hin. Das ist, Alter, was ist denn hier hinter? Oh. Ich gucke da noch nicht hin. Erstmal hier rein. So, Frikadellen gießen. Die Fische gucken. Ach so. Ich habe mir gedacht, jetzt passiert irgendwas Tolles. Fischi. Alter. Der Ton weg. Ja, Töli, wir brechen erst mal hier ein. Mhm. Oh. Wir haben natürlich auch ein paar Sachen. Was gibt es denn hier? Was? Aha. Zum Glück geht das nicht kaputt. Aber die Gasse. Weil die werden sich morgen freuen, wenn sie reinkommen. Heute ist bestimmt Feiertag. Oder Sonntag. Äh. Ach da. Nee, ich will es noch nicht benutzen. Ich gucke erst mal hier vorne. Dann haben wir hier. Hier kommen wir A drücken. Das ist der größte je in der Bluebell-Mine gefundene Lego-Silberklumpen. Gefunden wurde er, als er Silas Fletcher auf den Kopf fiel. Seine Angehörigen waren so freundlich, ihn dem Museum zu stiften. Oh. Das ist ja nicht so toll. Ähm. Mhm. Boah, voll der coole. Alter, ist der cool. Boah, ist der cool. Ich will damit fahren. Diese Dampflok wurde bei der Eröffnung des ersten Lego-City-Bahnhofs vorgestellt. Ihr erster Einsatz war aber erst zwei Jahre später, nachdem der zweite Bahnhof fertiggestellt wurde. Ja, macht unter Umständen Sinn. Außer man möchte einfach nur rumfahren. Wird ja sein können, dass die Leute einfach nur rumfahren wollen. Hm. Okay, da vorne gibt es nichts mehr. Hier können wir auch nichts mehr machen. Na gut. Betätigt ihm gar noch die Hebel. Oh. Wieso fährt das Ding eigentlich? Wieso steht... Was ist das denn eigentlich für ein komisches Museum? Hier gibt es alles, oder? Da vorne gibt es ein Aquarium. Da vorne gibt es Züge. Formel-1-Wagen. Oh, Moment, ein blauer Stein. So, erstmal will ich... Dieser Wagen hier hält den Geschwindigkeitsrekord. Er fiel aus dem Transportflugzeug und erreichte eine Endgeschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde. Aha. Ja, kann ich verstehen. Man sieht es ja auch hier, wie stark der Ausfall liegt. Also, puh. Der geht so aus dem roten Bereich raus. Wenn er Gas gibt. Irgendwie komisch. Naja. Der wird ja auch schlecht getestet werden. Außer im freien Fall. Naja, da würde ich mal sagen, wie es weitergeht und welche Rennen wir mit diesem Formel-1-Wagen noch alle gewinnen werden, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Lego City Undercover. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.